Jetzt hab ich die ganze Zeit damit verschwendet, da die scheiß Mauer drum zu ziehen. Jetzt wird's wieder hell. Ja, mhm. Ey, hier ist so viel zum Abbauen, ey. Mir explodiert gleich das Inventar. Ja, und ich sitz hier oben und... Was baust du denn du ab? Ich sterbe. Ich fäll da hier. Achso, ja, baller doch. Ich hab jetzt schon fast zweimal 64 Weizengetreide, wie auch immer man das nennen mag. Leute, bitte nicht wundern, ey. Ich bin immer so verballert. Ja. Ey, ich kann mir bestätigen. Ich wollte eine Fackel machen, hab die Kohle unten hingepackt und die Stock da drüber. Hä? Ja. Wie was ist denn? Ich muss das hier mal eben irgendwie sichern, weil ich hab total Paranoia hier langsam. Und dann mach ich sofort die Leitern. Stehe ich hier noch auf dem Berg, oder du? Aber wo wäre ich? Ich bin überhaupt keine Gast. Wo sind die denn? Machen Urlaub? Freu dich doch lieber. Ja. Schon. Aber irgendwie... Irgendwie... Hm. Ja, stimmt. Da laberst du. Ja, beim Artikulieren. Hm. Boring. So. Du verstehst schon. Ich würde ja nichts damit nehmen, aber ich trau mich nicht. Ich würde da jetzt auch nicht hingehen, ganz ehrlich. Ja, siehst du? So. Wir passen uns jetzt mal in eine Werchbank. Nachdem wir hier schon alles an fiesen Kramen, zu viele Gast, Lava, Unta, irgendwelchen lustigen Blöcken und so ein Kram, ähm, riskiere ich das jetzt nicht, also... Du meinst mir jetzt nicht zu viele. Weiß nicht, äh, vorgestern, das kam mir vor, als wären das echt viele gefühlt. Kann gar nicht sein. Vielleicht lag es doch nur daran, weil ich keine Pfeile hatte. Oh, besser gesagt, keine heile Maus. Hm? Ach, schiss. Oh, heiliger. Grüß, ich seh dich. So. What the fuck? Sie steht jetzt irgendwo mit einer Snippel und will mich jetzt wegballern. Ja, wie denn? Ich hab doch gerade gesagt, ich hab hinig. Ja, sie heult doch schon die ganze Zeit rum. Hörst du das denn? Da hab ich mich auf Sturm geschaltet. Wird mich nicht wundern. Ja, was soll ich denn machen? Ich meine, ich gehe online und will mit euch spielen und bin dann diejenige, die hier oben rumdämmelt und... Armer. Wie war das? Diese, äh, diese Glowstone-Pyramiden sind fucking dangerous? Äh, ja, scheinbar. Nur, nur dangerous, nicht fucking. Ja, scheiße, was packe ich denn jetzt auch mal nach? Du weißt, äh... Naja. Aber ich hab hier gerade eine in der Kippe gefunden. Ich wette, ich weiß, was da war so böse ist. Ja, ich hab die auch gesehen. Da ist ein Bienenschwarm drin, ne? Was? Ein Bienenschwarm? Genau, da ist eindeutig ein Bienenschwarm drin. Ein Bienenstich. Hm, lecker. Würzenstich. Hä? Nein. Ein Bienenschwarm? Ey, wenn das gehen würde, wäre das echt voll die coole Sache. Aber... Nö. Ey, das sieht aber richtig cool aus, wie diese versteinerte Lava da runtergelaufen ist. Diese versteinerte Lava? Ja, das sieht richtig geil von unten aus. Ich setze jetzt hier auch weitere Leitern. Aber das dauert eben alles einen Moment. Das brauchst du seine Zeit. Das ist eine Wissenschaft für sich. Da kann nicht jeder mitnehmen. Der alte Röhrig. Daumen hoch für den Röhrig. Genau. Wer überhaupt weiß, wer der Röhrig ist, der kann ja mal einen Daumen nach oben geben. Ohne Scheiß. Wer den nicht kennt. Kann das sein, dass in der Stadt mehr Felder sind als Häuser? Ja, irgendwie schon. Kann doch nur gut für uns sein. Die sind da runter. Ja, ich bin auf dem Weg, Oma. Sag nicht, Oma. Na klar. Ihr Oma rumzittern. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ich hab ja sonst nichts zu tun hier oben. Ich stehe jetzt hier an diesem Glowstone-Gerdingens. Habt ihr so rumgekommen? Du bist unten und baust die Felder ab. Ja, mit dem bin ich fertig. Ich hab die ganze Nacht da dran geackert. An dem Tag platzt das auch fast. Aber ich hab eigentlich giftige Kartoffeln, die kann ich jetzt erstmal wegkanten. Kannst du aufessen. Nein, ist das scheiße. Mir fehlen ein paar Blöcke. Das gibt's doch nicht. Bist du jetzt da im Gang? Naja, kannst da runter gucken. Ich kann nicht zuwinken. Ja, dann kann ich dir ja was geben, oder? Oder was für Blöcke brauchst du? Ich brauch Leitern. Ich hab, warte, ich hab... Ich hab... Prost, du mieser, kleiner Pimmel, du. Brennst du jetzt? Nein, aber... Wie viele denn? Fast. Autsch. Patrick? Was, wie viele? Ähm, eins, zwei, drei, also vier auf jeden Fall. Hallo? Bucht mir das noch? Ja. Spreicht du? Einen Moment, warte. Patrick, ich hab's mir schon gedacht. Ich hab's mir gedacht. Ja, da gibt's aber eine kleine Überraschung unten drin. Die... Freiheit. Scheiße. Hm? Von wegen Freiheit. Was soll denn der Joke jetzt überhaupt? Wo gibt's eine Überraschung unten drin? In den Glowstone-Pyramiden. Ja, hab ich gesehen. Oh, Manno, ich wollte da auch... Ja, kannst ja, Caro, die Überraschung dann nochmal entdecken lassen. Bin jetzt irgendwie... Mäh. Das heißt, nochmal entdecken lassen, das läuft hier bereits runter. Du Arsch. Mein Gott, das wird ja wohl nicht die letzte hier gewesen sein. Dumm, didum, 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 didum. Das ist doch ungefährlich. Gleich nicht mehr. Ich hol mal eben einen Eimer Wasser. Ist das Wasser auch wirklich keimfrei? Nein. So. Es kommt mir ziemlich suspekt vor. Ja, liegt ja die letzten zweimal. Ja, das wird so cool. Harkon. Herr des Dschungels. Genau. Hier ist der Tarkan oder Harkon? Tarkan. Genau. Oh, Mann. Lass mich fragen, das ist die Kaya-Yana-Version. Nee, nee. Das ist überhaupt... Da hat keiner was, glaube ich, dran, den ich kenne, den man so kennt, glaube ich. Oder, Chrissy? Nee, ich weiß auch nicht, wo das ist. Das ist cool. Er will unbedingt seinen Döner im Dschungel. Doch, den gibt's dort nicht. Ach, das kann doch gar nicht sein. Das ist kein Döner. Das ist eine Honigmilone. Ha, das sieht aber aus wie Döner. Schon mal einen Runden Döner gesehen. Wie war das Döner? Ein Döner 6,50 oder so, ne? Genau. Aufs Pferdesleisch, wo es auch noch deklariert ist, oder was? Ja, sie beschreibt quasi den Döner, wie er zusammengestellt wird. Und sie fragt dann, na, Herr Tarkan, was sagst du dazu? Und er sagt, 6,50. Voll überdrehen. Ach, du Scheiße. Das musst du mal angucken. Das ist okay. Ja, die YouTube bildet auf jeden Fall weiter. Das dürfte auch die Zuschauer gemerkt haben. Ja. So, was mache ich jetzt mit dem Eimer Wasser in der Hand? Weiß ich nicht, aber wieso ist es nicht so? Ja, das ist abzüglich. Lass mal das Loch da. Wasser, plopp. Merde. Plopp. Wasser, toll. Ich setze das hier extra so. Achso, dann kannst du runterspringen. Genau. Ja, ich setze es aber genau so und nicht einfach nur obendrauf irgendwie einen Block, weil sonst eine Strömung entsteht und man dann nach unten gezogen wird. Ja, das stimmt. Und daher setzt das so. Es ist einfach besser. Mal gucken, wie viele daneben springen. Ja, Caro, was machst du da? Ich wusste nicht, dass du noch mehr da reinmachen wolltest. Ja, klar. Entschuldigung. Klar sagt er. Ich mache das nicht andauernd so wie du. Wie andauernd? Ja, da probieren wir jetzt auch gleich mal aus. Entweder es kostet mich das Leben oder es funktioniert. Ja, das sieht wirklich cool aus mit dem Stein. Da hast du aber recht. Mach mal einen Pick. Mach mal einen Pick. Pick, 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 pick. Warte, ich bin gerade schwer. Oh mein Gott, wir brauchen unbedingt eine Lorenbahn. Das dauert mir schon wieder viel zu lange und ist viel zu unspektakulär hier die Leiter aufzuklettern. Eine Lorenbahn? Willst du die senkrecht bauen oder was? Ja, klar. Hey, geil, ich bin durch eine Wolke durchgeschmissen. Ich denke, scheiße, was ist jetzt los? Da ist das Ende. Kann ja gar nicht sein. Ich habe gerade keine Wolken an. Ein Kiffer, ein Kiffer. Hä, was für ein Kiffer? Kripper, ein Kripper. Ich habe gerade eine Kippe verstanden. Eine Kippe, eine Kippe. Ich dachte, er will schon wieder irgendwas mit einem Kiffer ab. Wie Kiffen, wie Kiffen. Kauli als Maul. Bissen Kiffen. So, jetzt ist das voll cool und so und jetzt gehe ich hier runter und dann mache ich den hier und dann voll uncool und dann gehe ich so. Dann lasse ich mich einfach fallen. Alter. Boah. Und dann werde ich abgefangen. Zum Glück. Ich habe gerade voll Panik gekriegt. Da kriegst du voll das Kribbeln in den Fingern, wenn sie da runterspringt. Deshalb werde ich das vermutlich nicht tun. Hat da irgendjemand die Miene hier unten gefunden? Die was? Miene? Die Miene. Da war Miene? Oh mein Gott. Das will ich aber erzählen. Das will ich auf jeden Fall nicht. Also wenn Caro sie noch nicht gefunden hat, dann ist sie völlig unbekannt. Dann kennt nicht mal Notch sie. Alles her, Junge. Alter, voll schief. Oh, alles her. Ja. Ja. Wieso soll ich da nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich eine Beleidigung war? Ja, weiß ich jetzt nicht, aber es klingt irgendwie komisch. Kennt nicht mal Notch die... Ja, also ganz ehrlich, du erkundest doch jede Miene. Bevor sie überhaupt in einem Chunk erstellt wurde, hast du die Miene bereits erkundet. Ja, das stimmt. Siehste. Ich mag die halt am liebsten. Ich mag Minen. Nein, ich sage das jetzt nicht. Ich mag Tanzen. Und ich mag Züge. Halt, hab ich noch gesagt. Halt Maul. Ja, ich versuche hier gerade den Baum zu besteigen. Eww. Ich glaube, ich weiß nicht, wie ich die Folge nenne. Na toll. Du und eine Sonnenbrille. Mhh. Was? Was für eine Sonnenbrille? Was für eine Sonnenbrille? Das kennt wieder keiner. Das wäre so ein Zensierbalken. Äh. Okay. Egal. Geil, dass wieder oben diese paar Fackeln brennen von unserer Butze. Oh, ich finde das ist oben eigentlich ganz schick geworden. Also, ne, klar. Es ist ganz, äh, un, un, wie heißt das? Unspektakulär. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Wir ergänzen uns total. Tja, Brüder halt, ne? Was ist los? Wie zwei Enten. Ja, genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus, aber das hat die Christi wieder vergessen. Äh. Oh, das wollte ich auch gerade sagen. Wir ergänzen uns total. Äh. Und den. Fühlst du nicht, dass der Quark langsam langweilig wird? Ja, ich auch nicht. Bescheuert, echt, ey. Bescheuert oder genial? Bescheuert. Von wem wir hier reden? Von dir oder von mir? Oha. Alter, alter, alter. Boah. Dieser Verdammte. Ich weiß nicht. Du willst mich da runterschubsen? Adios, muchachos. Ich mach mal eben das Loch zu, das stört mich. Das ist auch, aber etwas wenig. Du fasselst von einem Loch. Das hier, was ich gefunden habe, das ist ein Loch. Hast du das eine Mine gefunden? Ja, und in dieser Mine ist ein Loch. Und dieses Loch geht tief. Ich glaube, das schneide ich raus. Ja, wahrscheinlich nimmt es da noch ein paar Is weg und dann heißt es tief. Ja, genau. Hey, das hat mich jetzt auf eine Idee gebracht. Selber schuld. Patrick, wenn du das nächste Mal hier rausgehst, dann zünde ich die Mauer an. Hey, das ist eine gute Idee. Ich hab voll Bock, die Mauer anzuzünden mit Feuerzeug. So geil, da kommt rein, ey. Na, die Spinnen, die können drüber springen, aber dann trennen die und dann zünden die mich mit an. Ich muss aufpassen, dass ich nicht ganz zufällig die Spinne anfalle, ne. Ja. Merk mal doch, dass du echt Probleme mit diesem Viechzeug hast. Ey, ich hab Scheiße an den Fingern, die kommen alle immer zu mir. Also, du kriegst deine, äh, deine Axt ist auch gleich im Arsch. Oh, jetzt hast du es kaputt gemacht, du schuldest mir eine. Oh, doch. Oh, ey. Ich dachte, Boo Ernst. Boo Ernst. Boo Ernst. So, wollen wir mal den Kakaobaum hier noch platt machen? Kakaobomben? Nein, Kakaobaum. Aber ich hab keinen Platz mehr in meinem Inventar. Die so. Oh mein Gott, ich hab 35 Sand, ich weiß aber nicht, ob ich die wegschmeißen kann. Ähm, du hast Holz und du hast eine Werkbank gebaut, du hast auch eine Kiste. Boah, voll die Idee, ey. Oh mein Gott, ne. Hab ich Holz? Ach echt, ich hab ja gerade einen Baumplatz gemacht. Wenn es nur einer war. Manchmal frage ich, wie lange spielst du das Spiel eigentlich schon, ne? Baaang, ihr Vollscheißvater. Chrissi, wie wär's, wenn du zurückkommst und wir erkunden die jetzt gemeinsam? Nein, danke. Hm. Aber... So spät. das was jetzt noch mal mit holz abbauen und ich denke mal auf kurze oder lange sicht werden wir wahrscheinlich auch wieder eisen brauchen das heißt es ist schon mal ganz gut wenn das gebiet hier vorbereitet ist aber ich hatte solche scheiß bäume wieso ja weil die so kacke verästet sind das dauert immer 100 jahre bis die blätter abgefallen sind oder machst du selber platt ach so ja ja ich bin voll vergessen und am ende hat man tatsächlich dann wirklich fast alles platt gehauen hier und denkt ja ach scheiß doch da ist nichts mehr lässt du den letzten Büschel da eben hängen ja und genau da war da noch ein scheiß Holzblock drin der das ganze hier am Leben hält und da musst du dann wieder hochklettern kenn ich ja so wer es kennt like wer es nicht kennt auch like genau so 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 Machen schon wieder Werbung, oder? Ja, ey Mann, das ist aber auch so lustig. Ja. Vor allem, ich hab das ewig schon nicht mal gesehen gehabt und dachte, ey, woher kennst du das denn noch? Aber ey, warum sagt denn die nichts? Versteh ich nicht. Machst du dich wieder raus, komm mir... Da ist ein Zombie rein, will mich hier einer verarschen, oder was? Das war ich nicht. Bist du... Zu dunkel oder so hier, oder? Eigentlich nicht, ich find das relativ hell. Hm, egal. Da kackt er unter Feuerzeug. Ah, ja. Hier, Fleisch brauche ich aber nicht. Sonst hatte ich überlegt, ob wir da oben irgendwie in der Lohrenbahn uns hin basteln und die führt dann bis runter. Und dann können wir den ganzen Kram, den wir oben gesammelt haben, den schicken wir hier dann immer runter, quasi in Sicherheit. Ah ja, das kann man auch machen. Ja, das Ding da oben ist ein einziges TNT, fast jetzt mal ohne Witz. Geht doch weg, du Schwein. Ja, Entschuldigung. Du Schwein! Äh, meint ihr mich? Meine Christen. Gander auf dein Klopapier. Du musst auch schon wieder Werbung. Ja, aber das ist ja auch genial. Noch einen Tag, dann ist morgen. Hm. Oh, das sieht auch gut aus, oder? Hat der Scheiß überhaupt ne Handlung? Nein. Also unser Scheiß hat ne Handlung. Richtig. Und welche? Da ist schon wieder ein Zombie. Ich glaub, die sind irgendwie... Oder hüpft der hier irgendwie rein? Also der kam mal aus der einen Ecke. Der kam hier aus der Ecke. Aber hier ist hell, also muss er rüber gehüpft sein. Dann gucken wir doch mal und ziehen nochmal nen Graben drum. Ja, aber hier ist es. Höchstens hier. Diamond. Weißt du, der macht schon wieder auf Alleingang hier, während wir hier die Butze bauen. Das find ich ein bisschen doof, denn wir spielen doch gemeinsam. Ja, du bist doof. Ja, ich bin doof. Ey, was soll ich denn die ganze Zeit machen? Ihr pimmelt da hinten rum und ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Da hab ich mir gedacht, dann guck ich ein bisschen nach oben. Ja, deshalb sollten wir uns helfen. Wir wollen hier grad unsere Basis. Könntest du nochmal helfen? Ist zu spät. Nee, ist nie zu spät. Komm, wir weg dich. Ja, genau, du Sau. Jetzt hab ich so nen Höhlen-Spinspawner gefunden, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Nur noch die Frage, wie komm ich... Jetzt die Frage, wie komm ich hier wieder raus? Was? Hier da unten. Okay, das ist die Quittung. Jetzt ist dieses blöde Schwein gestorben. Das gibt's ja wohl nicht. Wir sind schon noch mehr. Die miesen Schweine. So. Du musst mal irgendwie nach unten buddeln? Ja, wir können ja eine Schicht lassen, wa? Wie eine Schicht jetzt? Nein. Egal. Schön wär's natürlich, wenn wir einen Skelett-Spawner finden könnten. Dann würd ich das da mal eben eine Spawner-Falle hin strubbeln. Was waren das für Spawner da im Sand? Zombie. Zombie. Mhm. Oh, okay. Ja. Ganz ehrlich, ich glaub die Kiesblasen mach ich ein bisschen kleiner. Jetzt gehen wir auf den Sack. Hm. Ich hör zwar was, aber ich weiß nicht genau in welche Richtung. Was hörst du denn? Ein Skelett. Oh man, jetzt endet das ganze hier wieder in der 100 Jahre Buddelei ey. Das müsste eigentlich Buddlecraft heißen oder so. Oh yeah, Eisenerz. Ja, ich bin nach Schlucht gelandet. Na ne kleine Schlucht. Oh scheiße. Hau ab du Sau. Hau ab, hau ab. Hau ab, hau ab. Arschloch. Ey, wie kann man denn so ein Scheiß-Pech haben wie ich, Alter? Wo kam der denn jetzt schon wieder her? Ja, der stand plötzlich vor mir und da kommt der Nächste. Ey man, hat dein Homie nicht gereicht oder was? Sackgesicht. Und da kommt der Nächste. Wo bist du denn los? Was ist denn hier los? Ist das eine WG oder was? Da beim Kief. Mein Inventar ist schon wieder voll, das gibt's doch nicht. Oh, ich dachte du wärst oben. Was soll ich denn da oben? Ja, das war langweilig. Ja, da wär ich vorsichtig. Da ist ein Höhlensystem. Und das waren grad zwei... Dry Creeper. Drei Creeper waren da. Cool. Ja, also ich fand das irgendwie gar nicht so cool, als der... Als ich da den einen... Block mit dem Erz noch weggenommen hatte und dann plötzlich dieser Pisskopf vor mir stand, der nichts besser zu tun hatte mir, als mir einen Karren zu pissen. Äh, ich hab ne Truhe. Wie glaub ich ne Truhe? Weiß ich nicht. So, dann setzten wir die mal. Pass. Ich denke mal, das werde ich erstmal nicht brauchen. Das kann auch weg. Das kann auch weg. Das kann auch weg. Das benutzen wir hier jetzt nochmal eben. Dann nehmen wir das auch weg. So. Was ist denn mit dem Eimer von mir? Wo hast du den denn geparkt? Ich hab zwei Eimer dabei. Magst du mir einen abgeben? Ja, hier ist in der Kiste. Ich hab auch noch zwei. Ich weiß zwar nicht wo ich die her habe, aber ich hab's ne. Da liegt ein Spinnen-Auge. Ihhh. Ja, das ist meins. Ich war voll. Wie seid ihr denn jetzt? Na, in dem kleinen Dschungel-Biom. In dem Dschungel-Biom. Da ist ein Loch im Boden. Da geht ja in die völlig falsche Richtung. Ja. Das kann natürlich sein. Hm. Hätte mir eigentlich auffallen müssen, das da hinten. Ich hab Angst, dass hier gleich wieder ein Creeper kommen. Das ist ein Schwein. Und das ist außerhalb. Stimmt klar, ich bin hier unten in meinem Loch. Das wirst du jetzt, Jara, ne? Wenn du das jetzt auf dich bezogen hast, dann tut's mir leid. Meintest du nicht mich? Ne, er meinte schon das Schwein. Er meinte ein Schwein damit? Ja. Kann ich mir mal nicht vorstellen. Redstone. Ich liebe Redstone. Redstone. Willst du mich heiraten? Nö. Gut. Bärbel. Wie schwul. Das geht ja gar nicht. Wie? Nö. Ohohohohohoho. Ach Stecken. Hättest du wohl gern. Kommt immer drauf an von wem. Warum ist hier auf einmal ein Creeper? Kann mir das mal erklären? Ey, Mann. Warum waren da auf einmal drei Creeper? Ich hab's erst gefragt. Nein, stimmt noch einer. Ich hab's schon gefragt. Da ist der Penner, aber ich halb mir in die Luft gejagt hat. Ey, jetzt auch überhaupt wieder an deiner Stelle. Sag mal. Wie kombiniert die da? Ach ja. Sag mal. Was hübschen? Hier ist Unruhe. Oder was? Warum ist hier Sand? Stein. Nein. Ich nix werne. Ich mach gut. Okay. Haben wir oben auch schon irgendwie eine Kiste irgendwie im Trocknen? Ja. Haben wir ja. Ui, was ist hier noch? Okay, dann bring ich mal meine Ausbeute weg. Jo. Oh. Beziehungsweise aus dem ganzen Weizen, was ich habe, mach ich jetzt erstmal schon mal Brot. Mhm. Ich bin in einem Bitch-Biom. Interessant, interessant. Ich hör mal Zombies irgendwo. Er pustet nie in sein Mikro. Ich nicht. Ich auch nicht. Das können wir gar nicht, dafür müssen wir das Ding abnehmen. Ja, aber irgendwas hat gerade ins Mikro gepustet und ich kann es nicht gewesen sein, sonst hätte ich es ja nicht gehört. Wer war es? Deine Nase. Scheiße, es war die Nase. Oh nein. Du, du. Oh nein. Oh nein. Nicht wieder Kies. Oh, leck mich. Jetzt ist es doch mal hinter einem Kies. Ich weiß. Noch mal im Kies. Kartoffeln, Kartoffeln. Dann haben wir hier noch Karotten. Dann habe ich hier verrockenes Fleisch. Ich habe mir ein Feuerzeug gemacht, das behalten ich aber. Boah, bist du cool, Alter. So, der Schwarzpusser und mach daraus jetzt erstmal TNT. Ähh. Alles klar. Ja. Ein Problem damit? Mach doch. Okay. Bin schon wieder in der Bitspielung. Ich dachte, ich kriege hier mal irgendwie, dass du an das ganze Kies hier irgendwas mal angrenzt, so von wegen Rohstoff. Aber hält sich ja echt krass zurück hier heute. Also wieder auf dem Haus. Nee, dann aber auch noch jetzt noch mal ganz in der Bitspielung. Ich bin wieder hier проц. Der Bitspielung hat das gemacht. Ich bin wieder weg. Vielen Dank.